Moin moin und willkommen zurück zu GTA Online und wir sind heute ein paar mehr unter anderem nämlich mit dem ARMY, der Jazz, der Lili und dem Blue Ties, die eh immer dabei sind und heute noch mit dabei die Chloe, hallo! Hallo! Hi Gast! Genau, Ehrengast! Ehrengastin! Oh, nehmen wir den Cruiser? Genau, wir machen heute... Heute ist das BMX, nee... Na gut, dann nehmen wir das BMX Das ist BMX BMX ist auch cool Ich wette jetzt wieder auf Lili Ich hab die Crew aber... Bitte mal alle auch irgendwie wetten Ja, alle wetten Bei einem Raumschauern musst du mal Shift drücken, oder? Ja, alle nicht, aber wenigstens noch eine Wette wäre gut Ja, ich glaube Irgendwie ist meine Wette nicht platziert Musst du anklicken, einfach... Bei Wette, deine Wette Ah, geht's dann Wettest du auf dich selbst? Warum jetzt 200? Ich hab 100! Platzier das doch mal! Das funktioniert irgendwie nicht Einfach Extroaten! Also... Ja, jetzt... Thanks Oh, ich wollte ja noch Fahrradrennen Oh, Fahrradrennen in der Ego Perspektive Ach du Heiliger! Der Mann kam hier vorne unter den Schlüpp... unter den Rock... Ach ähm... Chloe... Shift, kannst du maltrittieren zum Gas geben Ne, Umschalt! Okay... Wenn du Kontroll hast, darfst du die A-Taste maltrittieren Oh Gott! Wie, wie, wie lenke ich? Na, mit Lenken! Na, mit Lenken! Ja, SD! Wer ist da eben zum Berg hochgerast? Oh! Das sah nicht so gesund aus! Fahr ich gar nicht schnell oder bin ich, äh, hä? Richtig nicht schnell! Du willst nicht schnell fahren! Ja, weiß ich nicht! So, schönen Tasten mal trittieren! Mit Controller macht sich das ganz gut! Jetzt ist es doch Schiff! Das ist ja verwirrend! Das ist total komisch! Du musst, äh, Shift-Taste immer drücken... Doppel... also schnell draufhauen! Dann musst du schneller... Shift-Taste immer drücken! Ach so, draufhauen! Ja, 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 ja! Mein aber kleiner Finger, das wird doch maltrittiert hier! Ich muss die ganze Zeit meine A-Taste maltrittieren! Ich meine X-Taste vom... äh... vom Playstation-Controller! Ja, das ist ja einfach! Wieso einfach? Ja, Shift-Linke... das ist mein linker Finger! Du hast zwei gedunde Hände, du brauchst keine... deine Taste an... deine Hand nicht an der Maus! Doch, brauch ich, wenn ich mich umsehen! Wer ist nur auf dem Orangen noch, Schatzi? Lass mich mal durch, ich muss gewinnen! Jess hat doch nicht gewettet! Richtig! Ach, Nelly will gewinnen! Wer ist Platz 2? Ich! Ah, okay! Interessant, ja! Interessant! Noch ist das Rennen ja nicht so spannend! Er ist ja auch eine Riesenstraße, hier ist ja überhaupt keine Action! Ja, das meine ich... Ist auch überhaupt kein Überholen... Ist auch überhaupt kein Überholen irgendwie drin! Ich finde das fast ganz gut! Woah! Das finde ich jetzt schon... Woah! Ich mag das nicht! Kurven! Kurven sind kacke! Mein Finger tut mir weh! Auf zu jaulen, weil er tut nämlich mehr weh! Ich hab einen Daumen füßt auf! Mein Daumen! Da haben die Tastatur- und Mausspieler ja mal einen Vorteil! Wieso? Wollt ihr dann hinten? Voll in der Nacht halt! Warum? Dann müsst ihr eigentlich nach vorne fahren, oder? Ne, ich... Du musst einfach nur gedrückt halten! Ach, gedrückt halten? Ich drücke die ganze Zeit hier auf! Oh, warte! Ne, gedrückt halten! Du brauchst ihn nicht! Das war das nicht, also! Boah, Alter! Das ist anstrengend! Echt? Echt? Ich krieg einen Krampf im Daumen! Können wir mal Pause machen? Ja! Ja! Halt es mal alle an! Ne, du nicht! Du musst weiterfahren, Willi! Ich wechsle meine Finger! Ich wechsle meine Finger! Alle anderen nicht! Die dürfen Pause machen! Oh, Scheiße! Wieso? Warum steht er nicht da? Ja, wenn ihr... Bin dabei! Oh, ich hab die Abfahrt verpasst! Ich bin hier total am träumen! Alter, ist das anstrengend! Dann hört auf! Ich weiß nicht, was ihr habt! Alle, die mit Controller spielen! Oh! Ich hab total die Abfahrt verpasst! Bin zwei Straßen weitergefahren! Oh, ne, eine Schanze, oder? Ich fahr doch wieder voll irgendwo anders hin! Heilige Muttergottes! Okay? Nein, ey! Das kann doch wohl nicht wahr sein! Nein, das war schon das Ziel! Er cheatet doch schon wieder! Ich bin ein Cheater! Wuhuuu! Tut mir leid! Ich bin ein Dritte geworden! Das ist noch 26 Sekunden! Nee, ich hab nur 20 Sekunden! Ich durfte nicht mal... Ich durfte nicht mal auf... 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 Blut wetten! Ich hab auf mich selbst gewettet! Nee, Windschatten gab's gar nicht! Ja, ich durfte nicht mal auf dich wetten! Oh, kannst du auch nicht überholen! Nix! Ja, ist voll blöd! Normalerweise gibt's doch immer Windschatten! Ja, eben! Aber hier natürlich nicht! Bei Fahrrädern gibt's kein Windschatten! Doch! Aber das Aufholen war hier auch nicht aktiv! Bei dem... Äh... Bei den... Rennrädern gibt's auch Windschatten! Ja, aber es gibt... Aber auch das Aufholen war nicht aktiv! Aber das ist definitiv zu langsam geworden! Ihr müsst das definitiv mit Stifter drücken! Glaub ich gleich so! Ja, ich hab die ganze Zeit drauf gedrückt! Weil mir irgendjemand gesagt hat, der ganze Zeit drauf tippen! Nee! Das war Tobi! Aber das... Ja, ich dachte auch! Weil, so wie ihr... Zu mir gefahren seid, das war's nicht so langsam! Also, am Schluss mein ich jetzt ruhig zu schauen auf! Wettverlust? Hä? Ich hab doch auf Dings gewettet! Ach nee, du... Ich hab... 1420 gewett... Ich hab... Danke, Chaos! Ich hab nur 100 verloren! Boah, 1000! Hast du auf dich gewettet? Ja, klar! Ich war ja auch vorne! Dann war da so ein komischer Mast, dann hat er mich weggeschoben! Das hab ich ja auch versucht! So, ähm... Spiel einfach das, ich weiß nicht warum! Ich mach mit! Nein! Mach zwei Kreuze, okay! Die ist total kacke! Die ist dreck! Wir würden es leicht gemacht! In der Ego-Perspektive! Ja, immer Ego! Wir spielen jetzt heute nur in der Ego-Perspektive! Die gesamte Folge über! Oh Gott! Wir sind voll die Egoisten, ne? Ja! Die ganze Welt dreht sich um mich, denn ich bin nur ein Ego an Sicht! Genau! Mit Kupes! Wir fahren mit Kupes! Ich seh nur... Wolken gerade! Sind aber, dass du beitrittst! Ja! Ja, ich trete euch einfach bei! Tret durch die Wolken bei! Ganz heftig! Aaaaah! Jetzt fall ich nach unten! Ich werde dich getreten! Ja! Sehr drauf! So, sind wir alle da? Sind wir alle in Radio ausgeschaltet? Coupes? Uh! Ja! Coupes! Coupes! Pes! Ich finde Exemplar schon echt hässlich! Ich finde das F620 voll hässlich! Welches nehmen wir denn jetzt? Ich weiß mir nicht eigentlich ganz gut! Nehmen wir das F620! Ich finde das hässlich! F620? Nein! Nehmen wir den F620! Okay, dann nehmen wir den F620! So, Lili! Wette diesmal nicht! Du weißt ja was los ist, ne? Ja! Oh, 500 Leiche! Ich wette immer 500! Ich bin voll die teure Hure! Guck mal, wie viel du mich schon getrostet hast, ey! Oh, 1000! Oh mein Gott! Die ganze Welt wettet auf dich! Und wir sind schon wieder nicht im Aufnahmetanel! Und drei, und zwei! Klar! Hochprofessionell hier! Oh, alle gleich nach vorne drängen! Das ist schei-weltengleich doch! Ich fahr gerne in einer Ege-Helfe! Aber danke für den Windschatten, ne? Das finde ich sehr nett! Nicht schieben! Raus aus meinen verdammten Windschatten! Chaos! Hör auf zu schieben, du Fickskopf, Alter! Haha! So, das ist wieder ne Ab-18-Folge! Alter! Alter! Was zur Hölle? Super! Bin ich letzter deswegen! Verdammt, ne Kacke! Das geschieht dir, das geschieht dir auch recht! Geh wieder zurück in dein, geh zurück wieder in deinen Passiv-Modus! Wir drehen dich hier die ganze Zeit! Hör auf zu drängeln! Seid ihr irgendwelche bekloppten Idioten! Jetzt machen wir Kettendrehen gerade! Weißt du, ich fahr gleich mit irgendwelchen Leuten, die fahren besser als ihr! Hör auf zu ihr abbiegen! Haha! Voll Chlorien rein! Komm! Lilli ist er schon, das gibt ja wohl gar nichts! Nein, ich hab auf Chaos gewettet! Nein, 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 nein! Was machst du denn, Lilli? Mach weiter! Ich kann mich nicht drehen, ich kann mich nicht drehen! Lilli! Mach mir deine Palme! Geh weg, Tobi! Geh weg! Lilli muss gewinnen! Dankeschön! Geh weg! Geh weg! Blödmann! Oh Mann! Das ist schrecklich! 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 Du hältst einfach alle von mir weg, ne? Ach, falsche Straße, wartet mal auf mich! Ja, das ist schrecklich! Ja, das ist schrecklich! Armin fährt die Palme Straße! Jetzt müssen die zwei Hunden von mir weghalten! Leider komm ich grad nicht so weit vorne hin! Ja, der gibt dir mal Mühe! Mach ich doch auch! Kann ich mal eure Windschatten wenigstens haben? Nein! Kannst du mal Pups haben! Oh, kommt schon! Der Pups! Jetzt sei doch nicht so fies! So geht ihr ins Gesicht! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Ich bin noch Kilometer mal zu weit vorgefahren! Ich bin ja mal schon mal durchgefahren! Ich bin ja mal schon mal durchgefahren! In Chaos lässt du vollstehen! Habe ich! BTF! Seid ihr denn bescheuert? Alle rein, Lilly! Wir passen hier nach dem Ausplatz! Aber nicht lange! Komm! Lilly! Was schleudert du mich denn hier so? Lilly! Was? Ich bin doch gar nicht mehr da! Ich bin gar nicht mehr da! Natürlich bist du da! Du bist direkt vor mir! Und hier bin ich geschleudert! Was? 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 Oh Gott! Der schleudert mich die ganze Zeit! Ich nicht! Deine Hand! Das war halt auch! Jetzt hab ich den Punkt verpasst! Weil ich den Punkt verpasst wegen euch! Danke schön! Bitte schön! Bitte! Jetzt habe ich den Punkt verpasst wegen euch! Danke schön! Bitte schön! Nicht so, wie die letzte Strecke, die hieß Drift, und wir dachten uns so, yeah, geil, endlich mal Driften, was ist, stinkt normales Rennen. Nein, Driften! War wieder Oma um der Ecke, dass mich noch keiner überholt hat. Ach, nö, nö. Ja, das ist dein großer Vorteil, weil wir treten uns immer in den Ecken. Fange! Nein! Aua! Schild! Aua, aua! Verdammte Scheiße, oh verdammte Kacke! Josef Maria und Josef, ach, Kacke! Warum bin ich vierter Platz? Ich hab schon so oft die Abfahrt verpasst. Das geht gar nicht. Bleib mal verstehen, dann bist du letzter. Ich verkack voll, Kacke. Das weiß ich sogar. Darüber bin ich nie beendet mit ein paar anderen. Das vielleicht hättest du lieber auf dich wetten sollen. Ja, echt nah. Das ist das erste Mal, dass du ein Rennen gewinnt hast. Na, na, noch ist es gesagt. Bremst du einfach Chaos aus, dann komm ich vorbei. Du fährst falsch und neu. Es ist leider noch schon hier zu Ende. Oh. Jetzt wird's erster. Jetzt wird's erster beendet. Das geht bitte. Ich bin bei einem Rennen erster. Irgendwann. Wird die Straße hier weggemacht. Wird gemacht. Verdammt. Oh, Crewrein gehüllt. Die Totenkopfmaske, jetzt kann ich ein Chaos sein. Wo ist denn hier das Ende? Ist hier das Ende? Ja. Jess kann mich endlich imitieren. Ja. Ja. Endlich kann sie genauso scheiße sein wie ich. Rachen kommen. Überfall anziehen, oder? Ja. Oh, die waren klasse. Die ziehe ich erstmal an. Mein Finger. Ich werde nichts finishen. Das ist ja schon nie passiert. Oh, ich mach dir nix draus, sonst bin ich immer Letzte. Mein armer Finger. Irgendwann wendet sich das Blatt. Oh, ich hab noch geschafft. Oh, ich hab noch geschafft. Das ist ja... Oh, mein Finger. Oh Mann, ich hab auf mich und auf Lilly gewettet und keiner von uns hat gewonnen. Ja, was hast... Bist du denn auch vor mir gefahren? Mein Sieg war ja überraschend. Ja, weil wenn ich gewonnen... Wenn ich gewonnen hätte, wär das gut gewesen. Du musst das nächste Mal auf Jazz wetten. Immer auf das lahmste Pferd. Immer auf das lahmste Pferd. Obwohl die Matsch, Matsch, Matsch in den Fessel gehen. Das verlust ich mir noch so. Du musst immer auf das lahmste Pferd wetten. Ja. Ja. Mich. Stadion. Ach, komm. Ich will was annehmen. Yay! Oh, was wird's denn nun? Untendurch. Wie auf den Schienen geht auch. Es sind beide gut. Wie unten durchstellt, da drehe ich mich immer und dann auf den Kopf. Na, Gott sei Dank. Motorräder. Da stelle ich mich jetzt quer. Oh je, das kann ja was werden. Oh, geil. Das wird lustig. Durch'n Tunnel in der Ego-Perspektive. Na, ganz klasse. Mit Autos oder Motorrädern? Motorrädern. Oh, wie geil. Das krieg ich hin. Sehr gut, Lilly. Sehr gut. Ich musste mal vor der Polizei durch die Tunnel flüchten mit Motorrädern. Ja, ich kann ja auch ganz gut durch Tunnel fliehen, fliegen, fliegen, fahren. Fliegen. 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 Ja. Eigentlich könnten wir jetzt einen Supersportwagen machen, da könnten wir an der Decke alle lang fahren. Das funktioniert wirklich. Also Lilly hat uns mal mit dem Sportwagen auf den Bahnsteig gedreht. Wenn wir eine Kornziehe gemacht. Ich glaub, mit Tobi hätte ich sogar, glaub ich, an der Bahn vorbeigefahren, ne? Wir können nur die Sanchez, okay. Oh, schade. Gut. Ach egal, dann habe ich die Sanchez. Ich glaub, wer wettet schon wieder mit auf Lilly. Bestimmt Chaos. Also jetzt müsst ihr mich gewinnen lassen. Okay, ja. Das arme Geld. Oh. Wie viel? Boah, 13. 13.000? 13.000? Sie sind bescheuert, ne? Alle wetten auf Lilly. Dass wir Geld haben. 13.000? Ich bin doch in der Küche. Aber ich war arm. Nee, wer hat das gewettet? Keiner. Fack, die zwei Idioten doch. Ich wette immer 500. Ja, und Chaos hat auch nochmal 500. Frühstart, Frühstart. Halt! Das geht jetzt aber gar nicht. Oh, warte, 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 warte. Nein, warte, warte, warte. Alter, was ist da denn? Ihr Schweine. Wir fliegen einfach in den Weg. Wer ist denn da jetzt noch nicht gestorben? Ami! Oh nein. Ich glaube ich bin auch gestorben. Oh schon wieder. Was macht ihr denn da mit mir? Oh Gott. Keine Art und Scheiße. Was macht ihr mit mir? Hilfe. Wir haben nicht sterben. Ich bin auf der falschen Seite. Ich bin auch so jung. Ich bin auch so jung. Wer ist denn vorne? Ich. Ich sagte, du sollst auf der Platte. Nein. Aua. Nein. Was ist denn so eine Scheiße? Ich bin ja wohl kein Rennass. Warum ist Chaos vor mir? Scheinbar. Warum bin ich zweiter Platz? Was läuft hier schief? Um Gottes Willen. Die Matrix wurde durchbrochen. Matrix ist durchbrochen. Oh Gott. Wer fährt nach rückwärts? In der Sonne. Wer fährt nach rückwärts? Ist mich deswegen gestorben. Irgendwer ist mir entgegen gekommen. Man sollte nicht seitlich am Tunnel fahren, weil irgendwann ein Geländer kommt. Selbstmord. Ja. Oh. Lilly committed suicide. Oh, ich auch. Ich hab ne Stange umgefahren. Mein Kopf ist sau hart. Ich bin der Holzbirner. Wow. Oh, da kommt jemand. Unter. Tschüss. Ich bin auf Platz 5. Armin, geh weg aus. Nein. Verpiss dich. Ich war zuerst hier. Ihr solltet heute nicht mehr auf mich wett, nicht sterben an der Wand. Nein. Ah. Gib mir mal deinen Luftschwung hier. Oh. Den hier. Ei. Autsch. Werden die Laterne dahingestellt. Oh, das war schon. Das war schon. Toll. Jetzt hat Lilly wieder nicht gewonnen, obwohl ich auf sie gewettet hab. Mit. Ich konnte ja auch nicht. Ich konnte ja auch nicht warten, weil sonst wärst du hier erste gewonnen, dann hätte ich ja weniger Geld gekriegt. Toll. Oh. Oho. Wie, you, 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 you. Wah. Ich muss echt von Kops verfolgt werden. Das funktioniert schon. Oha, Chloe. Klatsch. Oh, liebe Schau. Oh, liebe Schau. Das ist jetzt schön. Oh, ich hab wenigstens 443 bekommen. Wahnsinn. Die machen wir nicht noch mal, das ist in der Arm. Nee, wegen ihrem Geld, scheiße nicht, aber das Geld ist nicht zu wenig. Ich hab ja fast... Ich hab mehr verloren, als ich jetzt eingenommen habe. Echt? Oh, guck mal, die zwei hier, gleich wieder 500. Ihr seid selber schon... Jati, du musst jetzt auf Jazz wetten. Warte mal, hat es keiner gewonnen? Nee. Nein, ich hab auf Lilly gewettet und hab gewonnen und Jazz hat auf Lilly gewettet. Ich hätte auch auf Laos wetten sollen. Das Geld geht an den Start. Ha, Flieger. Ne, Smog. Oh oh. Also, fliegen ist wieder... Fliegen ist... Chloe kann glaube ich gar nicht, oder? Wegen der Num-Tasten. Ach shit, fuck, toll vergessen. Du kannst auch mit der Maus fliegen, indem du linke Maustaste gedrückt hält. Ach stimmt. Linke Maustaste gedrückt halten, dann geht das mit der Maustaste hin und her steuern. Das ist zwar ein bisschen schwieriger als mit den Num-Tasten, aber geht. So. Ich brauch mein Radio eigentlich gar nicht ausmachen. Ich hab eh Musik aus, aber ich mach trotzdem aus Gewohnheitssachen. Ja, ich auch. Oh nein, wird was... Ego. Ja, Ego, 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 Ego. Oh, das ist nicht blöde. Sorry. Das ist jetzt... Oh, nee. Toll. Jetzt darf ich die ganze Aufnahme wegschmeißen. Warum? Welche Ego? Ja, ich hab gesagt, wir machen nur Ego. Es geht nur um die Vestra. Okay. Nee, jetzt wette ich auch nicht. Jetzt hab ich keine Lust darauf. Nee, nicht auf mich. Louis. Okay, erlaubt Jess, wette. Ich wette auf den und ich wette auf den. Sie hat echt zu viel Geld. Sie kriegt 100. Nein, nicht 300. Oh Gott, ich will 100. Oh, auf Fahrt wurde 500. 300. Ja, das sollte man nicht machen. Oh Gott, ich fliege mal. Ach du, was ist das für ein Flugzeug, ey? Was für eine Scheiße, wir fliegen ja schon. Wie fliegt man überhaupt? Mit einem Numpet. Oh Gott, Ego. Nein, Ego, kannst du ausschalten. Ach du Scheiße. Nein, warum hast du mich? Warum, Lilly, warum? Entschuldigung. Ich darf nicht explodieren. Jetzt bin ich 5. Oh mein Gott. Ich hab den Punkt verpasst. Nein, nein, nein. Scheiße, ich hab den Punkt verpasst. Ja. Ich hab auch verpasst. Dann dreht mal oben, würde ich sagen. Ja, ich hab verpasst. Nee, ist vorn. Oh fuck, da oben ist der. Der ist tot, geht die ganze Zeit hinter mir. Wenn ich jetzt wieder sterbe wegen euch. Du hast mich in die Luft gejagt. Aber doch nicht hinter mir. Doch, los, wir schnappen uns jetzt ab. Oh mein Gott, wie ich das... Oh nee. Ich mach jetzt Sturzflug, da kriegt der mich eh nicht. Oh, voll, 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 voll. Ich kann ja nach jedem Punkt nichts machen, ey. Das gibt's doch gar nicht mehr Punkt, ich seh den nicht mal. Der ist unten. Der eine ist ganz unten. Unter der Brücke durch, scheiße, scheiße. Oh Gott. Wer hat denn diese Map gemacht? Warum bin ich Erster? Weil ich eben einen Punkt verpasst habe. Ich hab den kleinen Punkt nicht gesehen, weil ich versucht habe, in der Ego zu fliegen. Wer ist ein Zweiter? Ich. Hä? Du hast einen Punkt verpasst? Du hast einen Punkt verpasst? Oh. Ja, ich bin nur umgedreht. Na gut, ich wurde zerstört, wenn erster war. Nein! Warum ist da eine Laterne? Oh Gott, was ist das denn da? Das ist total eine Katastrophen-Map hier. Wie soll ich das halt schaffen? Das hab ich doch niemals. Also irgendwie... Aber wir haben den Punkt nicht da weg. Scheiße! Wie geht das? Wie soll das gehen? Oh Gott. Oh Gott. Oh mein Gott. Hilf mir. Hilf mir. Ich will noch nicht sterben. Wow, 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 wow. Die Musik ist gut, aber warum hab ich die an? Also irgendwie Platz, was ihr gerade... Das ist scheiße. Ja, das ist scheiße. Fliegen ist scheiße schwer. Mit dem Lump-Head. Öde, 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 wäre das. Ja, macht sich ein Controller doch besser. Huh! Ja, das ist doch alles gut das Beste. Bisschen, bisschen in der Ego fliegen. Nein, niemals. Also das ist... Das ist bei den... Bei den Punkten ist es echt schwierig. Das ist scheiße schwer. Das ist scheiße schwer mit Ego. Ah, scheiße schwer gecrashed. Was hat sie mit dem? Noch recht gut dran. Hilf mir. Noch. Lilly, da bist du ja. Ja, geh weg. Oh nein, ich hab den Punkt vergessen. Wer ist eigentlich auch jetzt ein? Ich. Chaos. Sehr gut. War nicht gut. Aber ich hab ihn gleich überholt. Also keine Säure, Leute. Nochmal. Die, die auch blusgewettet haben, könnten ihr Geld noch kriegen. Nochmal das Ganze. Oh, scheiße. Das ist dann... Es hätt sich fast das Haus abgesteckt. Und da dachte ich, ja, ich bin erster. Du hast Chaos gewettet. Ach, scheiße. Ich bin trotzdem bin ich erster. Yay. Was eigentlich voll sinnlos ist, weil wenn Chaos gewinnt, verliere ich ja trotzdem 500. Also hab ich ungefähr ein Gewinn von null. Ungefähr? Ungefähr, circa. Ja, es kommt so ungefähr hin, ja. Plus minus ein Cent. Wo kann man unten? Oh, ist da nicht wahr? Oh, fuck. Ich kann nicht mehr, Chaos. Bleib mal stehen, bitte. Ich kann nicht mehr. Wer kriegt schon die Krise? Oh, das war knapp. Hast du jetzt schon deine Wechseljahre? Bleibt euch mal bitte öfters. Scheiße. Oh, Mann. Scheiße, schon mal die Scheißstelle. Wurde jemand. Alter, Vater, ich kann nicht fliegen, ey. Das geht nicht. Auf die Nase kann jeder fliegen. Oh, Gott, nee, das ist ja hier... Irgendwie eben, ey. Ich muss jetzt... Ja. Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Ich sehe den Punkt nicht. Ja, das ist immer schwierig. Das ist scheiße, diese 880-Grad-Wendung da. Oh, Gott. Oh, Gott. Armee, weh, du machst das letztliche Bewegungen. Das mache ich die ganze Zeit, also. Der ist extrem, extrem, extrem unfreundlich zum Flugzeug. Nee, jetzt bin ich wieder vierter Platz, da bin ich ganz zufrieden. Könnt ihr euch alle mal hinter mir verpissen, bitte? Nein. Ich bin hinter dir. Okay, dann lass uns einfach... Ja, ich weiß, verpiss dich mal. Dann lass uns einfach vor dich und dann ist es hinter dir weg. Das finde ich gut, die Idee. Er kommt nachher. Ich fliege ja so knapp hinter dir, das ist nicht mehr schön. Soll ich mal hochziehen? Ey, das kann man nicht. Nein. LOL, Armee gewinnt. Ich bin die ganze Zeit nur selber umgegangen. Ehrlich? Ich bin erster. Yeah. Ich wollte auch... Aber es ist so knapp, ich war so kurz hinter dir, verdammt. Die Maschine lässt sich auf den Kopf nicht steuern, das ist ein bisschen blöd. Es gibt Maschinen, die lassen sich über Kopf steuern, aber die hier gar nicht. Ja, die hat diese... LOL. Die zieht immer so nach oben, das ist ein bisschen blöd. Ich wollte einfach schön über Kopf ins Ziel, aber irgendwie... Naja. Ich werde auf jeden Fall die beenden. Okay, bei Chloe funktioniert es auch. Ja, aber nicht nur du. Ach, das hast du... Krank. Das ist eh ein komischer Flieger. Der hat eine Märklinik geformt. Ah, jetzt... Na toll. Nee, das schafft er nicht mehr. Oh, das ist so fies, das ist so fies, Lillie. Wieso warst du hinter mir? Nie beendet? Nie beendet, du hast es nicht mehr geschafft, so knapp. Ich bin durchs Ziel geflogen. Ich weiß, ich hab's ja gesehen. Nein. Ah, Gott, ey. Jetzt brauchen wir aber ein Rennen. Ja, ein ordentliches Rennen. Das ist echt lustig. Drum mit dem Finger jetzt. Endgültig weg. Ja, jetzt hab ich wieder 500 verloren, weil ich auf Lut gewettet hab. Oh, Janielli. Scheiße, lol. Auf wen hast du denn gewettet? Kein Flugzeug. Nein, 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 nein. Da unten links, unten links. Alle eins, super. Bloß kein Boot. Bloß kein Boot. Warum kein Bootnetz? Nein. Das ist viel zu langsam. Und zu random. So, Ego, genau. Doch, Sand, doch. Selbst von Radio. Weil Traffic ausmachen. Aber die geht wieder. Nein. Traffic dort dazu. Straße ohne Autos. Aber ich müsste eigentlich eigene Fahrzeuge und dann müsste ich irgendwie meinen Leichenwagen nehmen. Nö. Doch, bei der letzten, nur bei der letzten Ruhestörung. Nö. 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 Da hab ich mal gepantert und so. Nö. Was hat denn das damit zu tun? Dann nehm ich meinen Centorno. Nein. Leichenwagen. Nur Leichenwagen erlaubt. Nein, Centorno ist drei. Leichenwagen. Nein, Plastika. Uhu. Uh, der Casco ist toll. Ich werfe ein Z-Type. Lass den Roosevelt nehmen. Oh, der Roosevelt. Genau, nehmen wir den Roosevelt. Ja, der Roosevelt ist geil. Ja, der Roosevelt. Ja, der Roosevelt ist geil. Aus der Ego ist natürlich auch genial. Hm, ach, wenn wette ich denn jetzt mal? Nicht auf mich. Um dich. Du gewinnst immer. Nein. Ich würde auf Chaos wetten. Aber, ne. Ich habe eine 8 zu 1 Wette. 9 zu 10. 12 zu 1. 30 zu 10. Guck mal, wie geht es auf Tobi? 2 zu 5. 1100 auf Tobi. Echt. Und dann verliert er gleich. Guck ja, er steht sogar ganz hinten. Guck. So. Oh Gott. Letzte Runde für diese Aufnahme. 3, 2, 1, und. Alles aus Rund. Ja, ich habe nichts raus. Wer ist denn die Mint-Schnecke vor mir? Perfekter Start. Mint-Schnecke? Können die Groove haben. Ach so, sieht aus wie Mint. Hört ihr auf meinen Schatten zu? Das bin ich. Wow, wow. Warum randt ihr mich? Warum schiebt ihr mich denn die ganze Zeit? Ich habe mich hier unterschieben. Das ist unfair. Oh, 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 nein, 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 nein. Wo ist die Straße? Da ist die Straße. Gute Straße, so mag ich dich. Uuuh. Wow. Oh mein Gott, die Autos sind ja da immer. Sag auf, ich bin schon wieder hier. Du bist auch Leichenwagen. Ich bin schon wieder hier irgendwo runtergekommen. Das fühlt's geil aus. Du bist gar nicht. Wow. Einfach so rumkullern so. No, no, no. Danke, ich habe den Punkt verpasst. Wua! Woll ich auch fahren. Dann würde ich da hinten zurückfahren. Alter, dieses Auto ist ja geil, das kauf ich mir prima. Ja, wollte ich gerade sagen, das kauf ich mir auch noch. Dann machen wir ein Oldtimer-Treffen. Ey, wo bist du denn hier? Auf mich zu rammen. Ich wollte dich gar nicht rammen. Auf mich zu rammen. Ehrlich, Tobi, ey. Auf mich zu rammen, hört auf alle mich zu rammen. Ich höre ich nicht. Ja, alles dahinter mir ist halt auf mich zu rammen. Aber vielleicht stehen sie da. Es war so klar, dass ihr wieder in mich reinfahrt, weil er die Bremse nicht findet. Ja, Gott sei Dank. Verdammt, du hast dich jetzt voll geslaut. Ja, aber die Karre ist cool. Oh Mann, drück mal auf die Hupe. Die hupt man nochmal. E oder halt linken Stick reindrücken auf den Controller. Boah, Janni, du bist ja wohl... Ach, super, Janni, danke schön. Wer ist da runtergeflogen? Wer ist da runtergeflogen? Ich hab eingeparkt, ich bin zum Baumfest. Chaos, ich bin hinter dir, komm her. Gönn mir den ersten Platz. Nein. Wer ist denn dritter? Obwohl, ich hab auf dich gewettet, du darfst durch. Alter Vater. Ich bin nicht auch noch fünfter. Ich hast nur auf mich gewettet. Ach, nicht viel. Ja, dann leute ich das ja nicht. Ja, hier geht es um Geschäfte. Aber ich muss nur Chaos hinterherfallen. Das ist praktisch. Nein! Crasht, bitte. Nein! Nein, die Kurve ist scheiße. Die will ich doch verkacken. Werde ich so verkacken, ist auch der erste Platz. Oh, jetzt kommt die große Schlucht. Chaos überholen mich mal. Danke. Wieso, Lutz? Ich hab gesagt Chaos. Ja! Nein! Der kommt mich jetzt gerade runter. Der Tobi runtergeschubt. Ich bremse extra ab und dann sowas. Ich bremse auch extra ab. Nee, du hast überhaupt nicht gebremst, Army. Nein, überhaupt nicht. Ich meine, drei haben gefeiert, wenn sie gerade was machen. Du bist voll an mir vorbeigezischt. Ich hänge schon wieder ein Baum fest. Diese Bäume sind schlimm. Ja, besonders der, der da steht. Für die Menschen, die ich schon ermordet habe. Du musst ja den mal irgendwann heimzahlen. Ich bin leckte. Ey, warum haben mich jetzt zwei auf einmal überholt? Was soll die Scheiße? Weg mit euch. Wer ist denn auf Platz zwei? Ich. Was? Okay, dann komm, gib Gas. Wir haben mich jetzt voll gegen den Baum krankhaft. Der Tobi kommt gleich. Sorry. Hallo, Jess. Nein, Jess. Bremsen, Jess. Oh Mann, ey. Das wird so schief gehen. Das wird so schief gehen. Egal, Tritter. Super. Ihr Schweine. Sorry. Mist, ich hätte einfach nur ein bisschen bremsen müssen. Du warst hinter mir. Verdammt, ich dachte, Army hat dich schon überholt wieder. Mist, weil ich habe doch 500 auf dich. gewettelt. Ich werde ja aber voll hinten reingefahren, glaube ich. Ja. Ich hätte da verkehrt rum. Dann hätte mich Army noch überholt. Ich bin zufrieden. Gas geben. Drei, zwei, eins. Ja, alle geschafft. Endlich. Yay, ich bin wieder im Ziel. Noch mal gerammt. Wow, ich bin mal nicht ohne, dass ich es ins Ziel kommen kann. Yay. Das wird alles besser. Das wird alles besser. Außer bei mir. Ja. So, mit diesem Sieg und den 1000 Wettverlust verabschiede ich mich für diese Folge. 1000. Wir sehen uns dann hoffentlich demnächst wieder. Nicht schlecht. Genau. Ja. Ich hoffe, wir sehen uns dann demnächst wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.